Ja Kinder, ich grüße euch. Dies Wochenende jetzt die einzelnen Sorten aus der Leffe-Box. Ja, wir starten mit dem Aperitif. Dabei handelt es sich um das Leffe-Royal White Bread Golding mit 7,5%. Weiter geht es zur Vorspeise. Das Trippel mit 8,5%. Als nächstes haben wir den Hauptgang, das Leffe-Royal Cascade mit 7,5%. Und zum Dessert gibt es das Leffe-Ruby mit 5%. Ich würde jetzt erstmal sagen, guten Appetit und lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.